Team, ich will dich! Na jetzt... Was ist das? Das ist doch... Das ist nicht Iggy! Jetzt geht's rund, erst die Oma, dann der Hund, bis heute schon rüber und let's rock! Hey Gary, dieser und der wirst du verlieren! Ach, leck mich! Steht einfach Loser auf der Mütze! Erschol, und will lieber dein Pokémon! Seit wann ich esch... Pikachu, zeig dich! Hey Gary! Pikachu! Oh Gott! Was ist das? Das ist ne Mutation, alter! Das ist das... Das sieht aus wie so ne abgenutzte Socke! Das wässlichste Pokémon, das ich je gesehen hab! Na jetzt bin ich gespannt, was der hat! Nein, ehrlich! Sieh dir mal sein Gesicht an! Was ist das? Soll das etwa Lippen sein? Und seine Augen... Ist... Ist der etwa stoned? Jetzt halt die Fresse, mach weiter! Oh Gott! Shiggy, zeig's ihm! Ich will dich! Na jetzt... Was ist das? Das ist doch ein Ork! Das ist nicht Shiggy! Das ist... Alter! Das ist kein Pokémon! Wo kommt das denn jetzt her? Oh mein Gott! Er greift an! Pikachu! Mach Donnershock! Was? Pikachu ist eingeschlafen? Oh oh! Was... Was... Wie ist das Film? Ach... Mickey Maus... Maus, ja... Benutzt Messertechnik... Oh oh! Oh oh! Telefon ist weg! Was verfickt nochmal? War das denn jetzt? Scheiße! Was weiß ich? Aber ich glaube... Wenn Pokémon so kämpfen würden? Boah! Das wäre geil, Alter! Hab gewonnen! Ja... Na ja... Wenigstens schläft jetzt mit offenen Augen! Pikachu! Pfff! 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 Pika! Pfff! Oh o 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 o! O 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 a o 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 o! Irgendwie war das sehr verstörend, Alter. Aber gut, man kann es mal so mitnehmen Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like Da wenn ihr nicht getan habt, abonniert und verabschiedet mich Und bin damit raus